Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, wir befinden uns immer noch in diesem komischen Hotelchen hier. Ja, so. Abi. Wir haben ein neues Verband. Wir können ein neues Verband herstellen. Perfekt. Gluck 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 gluck. Wenn das nicht kam. Das hat mir besser gefallen. Lecker. Oh, schrecklich. Richtig lecker. Dürfte eigentlich nichts mehr sagen. Ich hab eigentlich schon alles aufgeräumt. Eigentlich. Ich weiß ja nie. Welchem Rattennest die rauskommen. Aber... Aber hiel. Ja, kannst du her nicht mehr fern. Passt nochmal? Groے machen... Ichゆう das wo drums... Wie viele Flaschen hier immer noch rumliegen? Wie viele Flaschen hier sind. Wie viele Flaschen hier sind. Oh, toll. Sieht man sogar schon Hinweise hier. Ich darf vor allem noch alles absuchen. Ich habe etwas Heilung gefunden. Das und das. Sieht man mal hier. Ja. Ich muss mir nämlich ein neues Miki-Pack erstellen. Hm. Toll. Ich will ja alles absuchen. Hm. Hm. Da ist noch ein bisschen was verwinkelt hier. Hier habe ich gegen die Leute gekämpft. Ja, da ist noch mal die Sonne dabei. Ja, da ist noch ein Knüppelstock dabei. Ja, da ist noch mal. Drüben liegt ein Baisy. Hat mehr Leben. Ja. 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 Ja, da sind doch noch die Jahre her. Ich bin jetzt aber auch schon. Ja, warte. Ja, da sind doch eigentlich nicht mehr. Na, ich bin jetzt aber da. Das wird ganz schön eng, aber Sprengen Na komm Ja komm Okay Okay Nein Bleib da oben Ich komm auch zu dir Ich versuch's Oh mein Lichtchen an Mein ja nix Toll Ich bin im Keller gelandet Wohin jetzt Toll Ich kann ja nix Schraften Ich bin im Wassersteher Toll Ich glaub da hinten war ich noch nicht Kann doch keinen lauschen Boah, schreckt mich doch nicht hier so Ich bin ja durch Aber hop hop Sonst was ist immer noch Oh 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 Mir gefällt das nicht Mir gefällt das ganz und gar nicht Oh 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 Genau Oh 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 Ich muss irgendwie das Tor umgehen. Ich muss einen anderen Weg suchen. Ich muss noch einen anderen Weg suchen. Von da bin ich gekommen. Dann gehen wir hier. Das ist der einzige Weg von dem Akkonto. Ich muss einen anderen Weg suchen. Ich muss einen anderen Weg suchen. Ich muss einen anderen Weg suchen. Spuren. Verdammt, Spuren. Na toll. Jetzt gehen wir hier so. Hallo Zina zu uns. Sichtlos. WTF? Wer ist denn? Heiraten. Ich werde keinen unbegebetenen Besucher haben. Oh nö. Scheiss. Pfeil. WTF? Oh nö. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. WTF? Ich weiß nicht die Rede. Warum war ganz so klar keine Rede. Nein. Da hin. Davon war keine Rede gewesen. Oh nö, nein, fuck it, what the fuck. What the fucking hell? What? Oh man. Welkir. No, no, no. I'm dead. I'm not dead. What the hell? Oh mein Gott, was macht ihr denn hier oben auf einmal? What the hell? Toll. Was? Was? Oh mein Gott. Das Spiel ist endlich mal tot. Danke. Schlüsselkarte benötigt. Oh mein Gott. Sag mir nicht, ich muss wirklich wieder runter ins Wasser. Für den ganzen Fischern. Oh mein Gott. 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 Das war's für heute. Wo ist diese fucking Schlüsselkarte? Wo soll die bitte schon sein? Wo soll die Schlüsselkarte 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 sein? Ach, so viel dazu. Ich muss zu Ellie. Ja. Aber ob Ellie hinter dieser Tür ist, sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!